Du hast doch auch gekriegt. Du kannst doch das machen. Wie hat mich geimpft? Wie hat mich geimpft? Wie? 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 Du hast die Kogum mitgekommen und verschlacht es der Tür. Jetzt hast du vielleicht das mal rein. Du hast immer gut durch den Ball. Du hast auch ein Riesel. Wir sind auch ein Riesel. Mh, mh, mh. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie hat mich geimpft? Ich dachte jetzt mal, ich hab dich noch mal verlassen. Wir fahren jetzt hier wieder. So dass wir, wenn ich, wenn ich alle geimpft bin, wie der Pferde, aber das ist nicht so, ich habe mir den Geist geholt. Ja, das ist ein Riesel. Wir machen dann auch einen Geist. Das ist ein Riesel. Das ist Riesel. Das ist ein Leberstütz. Jetzt kommt ein Leberstütz und den Kupf. Kleiner Luft. Komm gleich raus. Der ist ein Kaugum. Ja genau. Der verschlacht ist doch dabei. Die ist eigentlich flach. Als wenn das Autoren zu ermaschen. Das ist ein Autoren. Sonnheil. Ich muss jetzt kurz sagen. Wie liegt der Schnee? Oh, wie ist das? Du hast keine Sache. Das ist doch kein Wahl. Aber da muss ich manchmal reden. Ja genau. Wom Roppelfahrer hat es ja mal gesehen. Ich habe gerade eins gesucht. Ich habe gerade eins gesucht. Ja. Hat sich das versteckt. Ist doch die Idee. Das ist doch nicht. Ganz sicher. Hat sich das versteckt. Ja. 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 Hier ist der Ort, man. Ah, hier lösen? Ja, hier lösen. Sahnein. Die Tür ist so. Wir sind hier oben. Und wir sind hier oben oben. Das ist gut, oder? Aber da ist gut, oder? Da ist es gut. Letztes, also hier ist die Tür. Ja, das ist gut. Ich mache das hier. Da ist es gut, oder? Das ist gut. Aber da ist es gut. Du hast eine Brücke. Du hast eine Brücke. Du gehst doch vor dem Platz. Du hast eine Frage, wir machen die Süßen. Das ist ein Grünchenplatz. Nein, das ist ein Grünchenplatz. Das ist ein Grünchenplatz. Essen? Ja. Das ist ein Grünchenplatz. Das ist ein Grünchenplatz. Spendabel oder? Ja, das ist ja so viel zu sehen, dass wir noch nicht ziehen. Das ist ja so, ja, wohl, ja, und der Gucci-Dolk. Super schnell, das ist ja ganz smart. Das war es nicht so. Ich habe hier eine Freude, die vom Flügel so richtig ist, dass er nicht kühlt. Ich habe die Dose reingestiegen, wenn ich die Dose. Es ist ja ein Pittinger, oder? Ja, das ist ja ein Pittinger. Ich guck's euch, wir haben eine Hacke gesehen. Das ist ein Krass. Was ist das? Das ist so. Die haben die Hacke gesehen. Das ist ja die Dekse, was wir fielen. Wir fielen noch alles aufwarten. Ja, genau. 1910. Vor der Geräte, siehst du doch von der Leibwech, denn siehst du das Wasser hier nicht. Du bringst sie aus, siehst du nicht auf den Topf. Dieses ist doch nur Leibwech von der Hakenzege und der Reichenacht. Zehnt sie, direkt nicht aufgemacht, und siehst du Leibwech umgeschickt, siehst du vor der Führung.